Musik Sie wollten mich sehen, Boss? Ja, wir haben heute Nacht einiges zu erledigen. Zum Beispiel? Kennst du den Strip Club an der 77? Der macht morgen auf. Und? Der Strip gehört den Kolumbianern. Wir veranstalten heute Abend eine Eröffnungsfeier noch von VIPs. Wie haben sie das rausgekriegt? Was denkst du denn? Ich bin eingeladen. Bringt eure Kanonen mit. Wir sorgen dafür, dass die Party ein Knaller wird. Sie wollen mit den Kolumbianern einen Krieg anfangen? Halten sie das wirklich für eine gute Idee? Die haben ungleich mehr Leute als wir. Nachdem mein Vater starb, kamen sie und lauten unser Gebiet und unser Geschäft. Denkst du, das lasse ich einfach so durchgehen? Aber ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Ein besserer wird nicht kommen. Während wir Däumchen drehen, expandieren die. Und wer ist hier der Boss? Du oder ich? Sonst noch irgendwelche Einwände? Sie sind der Boss. Ich mache, was immer sie befehlen. Na dann, Abmarsch. Ich hatte gesagt, Abmarsch. Kann nicht sein. Wir sind wieder der Boss von dieser Drogenbande und wir fahren endlich den fetten, schicken, geilen Wagen. 21. Szene. Sazure. Okay. Bodyguard, Roll, Dodge, Killing, Punches, No Weapons, Bloodline, Firepower. Was heißt Firepower? Keine Ahnung. Uh! Okay, Firepower gefällt mir. So, das Level machen wir noch. Okay, der hat halt das Problem. Wow. Ganz ernsthaft. Okay. Erwischt. 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 Da ist keiner. War knapp. Oh, beide erwischt. Sonst noch einer da oben. Nö, den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt. Alter. Hat er die viele einfach so erwischt? Flow clear. Okay. Die Kolumbianer haben halt einfach nichts drauf. Oh, da war eine. Das ist voll schwer bei dem... Bei der Farbe, ey. Ich will so einen haben. Ich weiß nicht, ob da oben einer... Ah, jetzt sehe ich den. Ja. Nee. Hä? Ach, Köter. Natürlich. Aber Köter siehst du eigentlich gar nicht. Alter, ist das mega behindert, ey. Ich habe irgendwas... Irgendeine Errungenschaft freigeschalten. Oh, sexy. Ich weiß nicht, ob ich siehst. 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 Boah, ist das kacke. Boah, du siehst halt einfach genau nichts. Da war ein Köter, wo war der Hund, ich seh den nicht, wo war der Hund? Da war er. Äh, hab ich den nicht erwischt? Oh, da war einer, den hab ich nicht gesehen. Boah. Okay, hier ist alles tot. Oh mein Gott. Alter, man sollte vielleicht auch mal aufpassen, dass seine Waffen nicht leer sind. Warum kommt der jetzt von oben? Das war doch vorhin auch nicht so. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, mit der Schott hier wisch ich beide, aber dann halt nicht. Boah, war das knapp. Ja, natürlich. Klar. Ah. Alter, du Drecksvieh ey. Du. Gut. Hört, hört, hört go. Ja, das ist gut. Das ist gut. So. 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 Wow. Du siehst dann einfach gar nix. Da ist der Hund! Da ist der Hund! Ok, ich habe kaum eine Munition. Ich sehe keine mehr. Ich sehe keinen mehr. Das ist immer schlecht. Da unten. Ohne volle Waffe. Gott, ist das zum Kotzen, ey. Man sieht halt... Was war das jetzt? Drei fette Typen im Hinterzimmer. Oh Mann ey. Das ist ein Level, das ich nicht so mag. Die letzten Level, die waren alle scheiße. Ich bin halt einfach so schlecht in solchen Spielen. Diese Mistkeller haben wir ganz schön drangekriegt, was? Das sollten wir feiern, meinst du nicht? Weiß nicht, Boss. Du weißt es nicht? Was zur Hölle soll denn das heißen? Ich glaube, ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen in Ordnung. Und warum das? Du hast ja doch alles, was du brauchst, oder wann nicht? Ich muss heim zu meiner Freundin. Das war ein harter Tag. Junge, das Freundin hatte ich aber ziemlich bei den Eiern was. Oh Mann, ein richtiger Mann braucht keine Frauen, um sein Leben zu leben. Nö. Ich meine, was ich da so auf deiner Couch tummelt, sind garantiert keine Frauen. Sehe ich doch. Sobald du dich an jemanden bindest, bist du im Arsch. Abgesehen davon ist das Mädel viel zu gut für dich. Und eines Tages wird dir das auch bewusst werden. Aber okay, das gebe ich nichts an. Geh eben nach Hause, wenn du willst. Okay, also dann. Wir sehen uns morgen. Ach, bevor du gehst. Daraus auf dem Tisch liegt eine Kleinigkeit für dich. Kauf deine Mädchen was Feines, okay? Ui, toll. Muss ich jetzt mit dem weiterspielen? Och, nö. Ich hatte eigentlich gedacht, es geht langsam auf Finale zu. 7. Dezember 91. Ah, gut. Sehr gut. Okay, Jungs. Heute Nacht sind wir reich. Wir können tun, was immer wir wollen. Den Kolumbianern bleibt nichts. Sie werden uns fürchten. Ein Hoch auf unser neues Leben. Als König der Straße. Jawohl, erstmal kurz. Tschüss, ich gehe ohne euch. Oh nein. Ich gehe wieder ohne euch. Oh nein. Blood Money. 22. Szene. Ach ja, okay. Ich kann mich erinnern. Läuft. 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 Okay. Das Level ist an sich nicht ganz so schwierig, wenn ich mich nicht total dämlich anstelle. So, problematischerweise weiß ich nicht wo der Rest ist. Ich glaube da unten sind noch welche. Ist hier noch einer drin. Okay, der ist down. Hier ist noch einer. Der ist auch down. Wahrscheinlich ist da oben noch einer. Hä? Da. Irgendwann übersehen. Hier sind sie alle tot. Da sind sie alle tot. Das die doch nicht auch mehr schließen. Na, der ist tot. Ah da. Tag. Blockiert. Das ist vollkommen leer. Da sind noch zwei Schuss. Mann, ich brauche eine gescheite. Ah, okay. Auch wenn es nur Säune ist. Das mache ich das mal. Oh, hier geht es ja nicht raus. Lell. So, wo sind eigentlich meine Typen hier? Ja. Oh, hier dare we üç Schuss mal. Okay. Oh, das war. Love ourличER. Okay. ok die haben wir das Ding ist leer alter das ist sowas hasse ich wenn einfach aus dem Bereich des Levels wo du die ganze Zeit nichts siehst ein Schuss kommt und du bist tot da ist dann Das war's für heute.